Digga, Junge, es war so klar, dass mir Scheiße geschickt wird. Bitte hört auf, Jungs. Bitte, übertreib. Pass drei Eckpässe, die gehen durch mein Spiel. Guck, die machen nichts, Mann. Die machen nichts. Die machen nichts, Mann. Steh da. Hör mal da. Ey, der Typ hat so laut geschrien. Irgendwann hat man gar nicht mehr verstanden, was er gesagt hat. Ey, manche nehmen das Spiel zu ernst. Ernsthaft. Ernsthaft. FC Abdi? Ich hab nicht mal Haare auf dem Kopf. Der Typ gibt mir ne Glatze, aber nen Bart. Obwohl mein Bart weg ist. Du hast mir wenigstens realistische Stats geben können. Überall null. Ah, das ist nicht lustig. Bro, es ist komplett helllichter Tag. Wieso ist er so leise? Wieso flüstert er Messi? Digga, was krieg ich hier zugesendet? Junge, Mann. Junge, Mann. Oh mein Gott, Junge, warum? Immerhin heißt es ein Team FC Hammam, aber trotzdem. Ich will ein neues Format bringen und meine Community schickt mir sowas. Er hat mir das gesendet mit der Schrift Mo Salami. Wen haben wir hier? Pulo Pogba. Der sieht ehrlich aus wie Paul Pogba. Ist er das? Oh mein Gott! Ich möchte nicht mehr! Bro, chill! Es ist Alexander Arnold!